Moin! Servus! Moin! Und ja, wir kommen hier zum neuen Random-Stream. Mal gucken, wann die Glocke rausgeht. Ich hoffe, der Stream ist online. Joa, Moin erstmal hier. Ich muss erstmal den Chat ändern. Ist der Stream schon online? Ja, ich sehe gerade, der ist online. Sehr, sehr gut. So, erstmal den Chat ändern. So, erstmal Moin hier an alle. Ich gucke gleich mal rein. So, Chat. Bitte leben Sie. Ich bin schon wieder überfordert. Ja, Moin, das war alle, die zum Start sind. Chat, sehr gut. Ah, das sind schon welche. Moin. So, Moin hier an PK Side B. Moin, Raphael Moin, Zanadino Moin. Moin, Neo-Dim Moin, Let's Dom Moin, Briefeule Moin, Yami Moin, Antonio Moin, Piet Moin, Raphael Moin, Oteno Reactions Moin, Let's Dom, Gamertod Moin. Moin. Hast du die Musik? Oh Gott, das ist schon ein bisschen laut, ne? Ja, Moin. Willkommen. Pokerface, hallo. Ginger, Moin. In-Game, hi. Moin. Ja, willkommen hier. Und heute gibt es ein paar neue Sachen, die ihr, glaube ich, sehen tut. Also zum einen haben wir jetzt einen Stream-Boss da unten. Der kann sterben, falls er, glaube ich, abonniert und durch Wips und sowas kann der runtergehen. Dann besiegen wir einfach Pius. Ja, krass, ne? Wir besiegen den einfach Pius. Und, ja, welches Spiel spielen wir heute? Das ist die Frage. Schickt mal ein paar Wünsche in den Chat. Dann kann ich eine Umfrage machen. Wir sind heute ganz modern. Passt mal auf, Leute, gleich. Gleich passieren hier krasse Sachen. Wie gesagt, schreibt mal, so, Maumaker können wir machen. Irgendwelche Sachen. Ich hab, was wir tun, geht in der Theorie auch. Smash hatten wir erst letztes Mal. Ich glaube, Maumaker, also mal gucken. Schreibt es im Chat, was ihr so haben wollt. Und dann können wir eine krasse Umfrage machen. Im Stream, ja. Ich hab hier krasse Sachen vorbereitet. Ich füll schon mal ein bisschen aus. Maumaker ist auf jeden Fall mit drin. So. Und, was nehmen wir noch rein? Nils, moin, hi. Das Grubel machen wir auch mal wieder rein, meinetwegen. Das Zeichnen wir mal wieder, ist okay. So. So. Wir schaffen das. Das ist für Tumusik. Ui, Ui. Stadt, Land, Fluss. Oh Gott, wo macht man denn das? Hat dich gekillt? Das kann ich mir vorstellen, jetzt. Dishan, moin. Stadt, Land, Fluss. Da kenne ich leider gar keinen Dienst. Captain Toad, Tracker, Tracker, Speedrun. Alles klar. Alles klar. Ja, MK8 kann ich gerne auch noch mal reinmachen. Kann man ja mal spielen. Warum nicht? Vielleicht kommen krasse Sachen, Leute. Passt auf. Hab was vorbereitet. So, MK8. Was ist das denn tun? Können wir auch mal reinmachen. Dann bin ich da jetzt sehr gespannt. Das kann was werden. Ich hoffe, das funktioniert auch alles so. Gleich, wie ich das will. Stadtanfluss kann man auf der Webseite Stadtanfluss online spielen. Ja, okay. Ich nehme es mal dazu. Ich nehme es mal dazu. Oh, MK hat Musik. Sehr schön. Ich nehme es mal dazu. So. Ich nehme es einfach mal Stadt. Das ist zu lang. Ich würde sagen, das passt jetzt so, oder? Ich glaube, das passt jetzt so. Okay. So, Leute. Ich bin jetzt ja gespannt, ob das funktioniert. Oh, die shit. Startpool. Ja, bitte. So, jetzt switchen wir in meinem Ding hier. Warte mal. Ha! Nein, jetzt ist das Ding zu groß. Jetzt ist das Ding zu groß. Ich raste aus. Warte mal. Oh, nö. Jetzt ist das Ding. Ich drehe durch, ey. So. Äh, nicht zu groß, zu klein. Ja, optimal. Ja, ich glaube, das passt jetzt so. Yay. Äh, jetzt könnte ich ja abstimmen. Oh, wie krass du aus. Ja, das stimmt schon wieder wunderbar, ja? Jetzt leckt man auch meine Maus. Sehr gut. So. So. Jetzt könnt ihr abstimmen. Ihr müsst einfach nur vote und dann halt, wie gesagt, das Game, was ihr halt haben wollt. Also Mauermaker, Splatoon 2. In der Klammer steht immer, was ihr dafür eingeben müsst. MK8, Scribble oder halt Stadt für Stadt, Land, Fluss. So läuft das jetzt hier. Ich hoffe, das funktioniert auch. Funktioniert das auch? Funktioniert das auch? Äh. Ja, moin. Hallo? Junge. Dreh ich schon wieder ab hier. Macht mal weiter. Warum geht denn das jetzt nicht? Gibt das? Warte mal. Nö. Ja, danke für nichts. Sehr gut. Ich denke mir einmal so, einmal im Leben so, ja man. Das klappt heute. Alles klar. Alles klar. Ja, sehr gut. Ja, ich bin zufrieden auf jeden Fall, ja. Warum geht denn das jetzt nicht? Ist das doof oder was? Ja. Sehr gut. Oh Mann, ich könnte wieder heulen, ey. Geht nix hier, ey. Ja, dann ziehe ich halt so mal so nach Meinung, was so abgeht. Okay. Mario Maker sehe ich hier, Scribble. Switoon 2. Mario Kart. MK8, Stadt, Land, Fluss. Mario Kart. MK. MM2. Ich glaube, MM2 ist dicht vorne gerade. Benutzer Arthur. Moin. Piet, Moin. Poli. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt gehen. Schöner Abend. Tschüss Piet. Warum geht das jetzt nicht? Ah ja, ich frage. Ich habe es gestern probiert, da ging es. Ich erstelle eine neue Umfrage. Es geht nicht. Alles klar. Danke für nichts. Warum geht das jetzt nicht? Ah ja. Dann halt nicht. Ja, ich glaube, MM2 ist minimal vorne. Oder? Obwohl Stadt, dann Fluss hat auch sehr viele Stimmen. Wollte ich jetzt. Das Internet ist unser aller Neuland, ja. Timx, du moin. Stadt, oh Gott. Ich glaube, die Eroke Stadt, dann Fluss. Alles klar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann gucke ich mal. Stadt, Land. Da bin ich ja Profi. Wo ist mal einen neuen Tab auf? Ja, und dann vielleicht mal um Make oder so, ne? So, mal mal. Neuer Tab, bitte einmal. Und wir switchen mal wieder zur anderen Seite. Die funktionieren heute eh nicht. Richtig gut. So will ich das haben. Nein. Ja, optimal. So, ich suche mal die Seite. Stadt, Land, Fluss. Oh Gott. Hab ich noch nie gespielt. Also zumindest online nicht. Obwohl, doch. Einmal hab ich zumal gespielt. So, Spiel spielen. Neu-Spiel gründen. Okay. Ich mach mal Übertragung an. Äh. 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 Was? Ich dachte, die Musik ist aus. Wollt schon die Polizei rufen, aber nee, fast noch alles. So, warte mal. Ich mach mal in die Fensteraufnahme eh. Obwohl, ich kann keine Fensteraufnahme machen. Ich muss eine Bitchaufnahme machen. Äh. Da, Bildschirm. Ja, sehr gut. So, wir machen Vollbild. F12. Ne, F11. Oh nein, nein. Halt, stopp. F11. So geht das. So. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist noch da. Ja, wunderbar. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Hammer Bro. Moin. On Planet Place. Moin. Hi, hab grad den Stream gesehen und sofort draufgeklickt. Ja, Ehre Game Bro. Ehre. Kann man auch nicht bleiben. Schön abend noch. Alles Datum. Deine Reactions. Hau rein. Ja, so. Ich brauch jetzt eure Hilfe, Leute. Bin hier nämlich jetzt ein bisschen überfordert. Ja, Moin. Ich stehe da als Member. Ich hab keine Ahnung, du. Du stehst da als Member, ja? So. Ich brauch jetzt die seelische Hilfe. Mika, Moin. So. Ein Wort auf Englisch. Warum auf Englisch? Hier ist alles auf Deutsch. Warum kommt der jetzt hier mit Englisch? Die Anzahl der Spieler, äh, oh Gott, äh, ja, mach halt 20. Wird auch geil. Anzahl Runden, drei. Nach dem Zeitlimit, würde ich sagen. Ja. Wer kann dem Spieler anschließen? Eingeladene Freunde. Ich schicke einen Link rein, glaub ich, ne? Du kannst die Anzahl der Spieler so hoch wie möglich einstellen. Ja, mach jetzt auch. Mach jetzt auch. Okay. Spielbuchstaben. Ähm, joa. Ja, x, x ist belastend. Das passt schon so. Neuspielgründen. Ich glaub, das passt oder so, ne? Mach Zeitlimit. Joa, hab ich gemacht. Hallo, Dramghost1. Moin. Spielst du jetzt auf dem Handy oder Switch? Äh, was genau? Das hier ist auf dem PC. So. Was ist jetzt hier? Aha. Neuspielgründen. Ich drück da mal drauf. Aha. Hier hab ich jetzt den Code, Leute. Kommen sie rein. Gönnen sie sich. So, bitteschön. Weißt du da nicht jetzt, was ich hier machen soll? Ich warte am besten einfach mal ab. Ich warte am besten einfach mal ab hier. So, da ist der Link. Gönnend euch. Ah, oha. Oh, 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 oh. Der Stork. Wer ist der Stork? Ram. Hallo, Ram. Hallo, Bass. Hallo, Eland. Was habt ihr denn für einen Namen, ey? Wie heiß ich überhaupt? Ach, ich bin der Wasp. Ich bin eigentlich der Pius. Kann ich das noch mal ändern? Ich bin überfordert. Link, Tanjo. Der Link ist da jetzt im Chat drin. Gönnt euch. Beruhigende Musik hier. Sehr schön. Bin drin, ja optimal. Wann denkst du, wann Buffer 2 2 kommt? Ich kann mir vorstellen, Ende des Jahres. Jetzt kann ich mir vorstellen. Ah, jetzt kann ich auf Spiel spielen drücken. Aber ich war auch noch mal ganz kurz. Ich war noch mal ganz kurz. Schieb noch mal rein für alle, die noch dazukommen. Anjoin, kommen, wollen. Und dann gucken wir gleich mal, wie das hier funktioniert. Hab's noch nie wirklich gespielt. Also, das Spiel schon, aber nicht auf der Seite hier unbedingt. Ibis. Ah, Säbel ist auch noch am Start. Hallo, Säbel. Was geht? Wie kann man sich denn umbenennen? Im Spiel heißt ich dann wohl Ram. Hallo, Ram. Wo kann man sich denn umbenennen? Hier geht nix. Einlocken tut mir jetzt nicht extra dafür. So, ich schreib hier mal ein Moin. 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 Themen? Ich hab keine Ahnung. Spielkategorien, Farbe, Wörter mit drei. Ja, das Spiel, ein Wort auf Englisch. Pokémon. Wo kann ich hier, kann das noch ändern irgendwo? Ich glaube, wir fangen einfach mal an, ne? Ja, wir sind jetzt 16. Abend, hallo Dennis. Moin. Kann ich die Themen auch irgendwo ändern, oder? Ich bin komplett lost. Der Ram A17. Machen wir mal voll die Lobby hier. Machen wir mal voll. Tonnen KD, ach, Moin an dich hier. Hallo. Stream beginn. Äh, Streamlabs? Hi. Jetzt meldet sich der Bot. Ich wollte dich vorhin haben, Junge. Scheiß Bot, ey. Jetzt kommt der auf einmal mit Stream beginn. Was willst du denn von mir? Ja, wir fangen jetzt hier an, ey. Reicht mir jetzt hier. Das Spiel beginnt. Auf einmal kommt dir der Bot. Ey, nein, oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt? Wie könnt ihr alle von mir abgucken? Scheiße. Was spiele ich hier mit euch? Ja, toll. Wir sind ja ganz lustige Leute. Äh. Kommt, wieder springt F. Spielt einmal ehrlich, okay? Hört man das so? Aber auf Englisch, äh. Äh. Das krieg ich nicht mal auf Deutsch hin, glaub ich. Farbe. Farbe mit F. Äh. Ja, ich lauf auf jeden Fall hier gut hier. Green Banana. Moin. Wurt, wo zwei, wo der Wutstaube zwei drin ist. Äh. Ja, ich lauf auf jeden Fall. Ja, Mann. Äh. Äh. Gott. Äh. Ja, ähm. Ja, ist gut, ne? Lieb doch schon mal ganz gut, oder? Ja. Ja, sehr gut. Ja. Jetzt gucken wir mal hier. Was jetzt hier passieren wird. Wenn's der Laden tut. Hallo. Bitte kaufen Sie sich DSL-Modem. So. Farbe. Fichtenbraun. Meinwegen. What? Fäkalbraun. Hä, wird mich verarschen. Was ist Felp? Kann ich hier auf dem X drucken eigentlich? Ich versteh das nicht. Ach so. Aha. Aha. Ich verstehe. Fäkalbraun. Ah ja, ah ja. Feuerrot. Das ist ja lustig, ey. Froschgrün. F. Beste Leben. Wir sind bei Farbe, ne? Ja. Wörter mit dreimal den Buchstaben. Bist du komplett... Hä? Wörter mit dreimal den Buchstaben. Ja, F. Wir hatten nur F, ne? Ja. Wo ist hier dreimal F? Wo ist hier dreimal F? Ihr seid ja ganz lustig. Schifffahrt. Sehr gut. Fiffchen. Fiffchen. Was ist das? Das war ich. Fortnite. Sehr gut. Kenn ich nicht. Aber lass ich mal durchgehen. Falco. Ist jetzt kein Videospiel, ne? Final Fantasy. Habe ich das ernsthaft? Okay, nee. Ich habe richtig geschrieben. So gut. FIFA. I get. Ja, an sowas habe ich auch gedacht. Haha. Ihr schreibt das alle. Oh. Das hätte ich drauf kommen können. Was ist das hier bitte? Fahrt. Das ist kein englisches Wort hier. For. Ja. Fail. mhm. Zweimal. Fiffchen. Was ist das? Ja, ihr seid doch schon wieder ganz lustig hier. Obwohl, das lass ich mal so. Äh. Das könnt ihr entscheiden. Ford. Ne. Forth. Ah ja. Du musst auf X drücken. Wie habe ich verstanden? Ich kapiere gar nichts mehr. Wir schaffen das gemeinsam, Leute. So. Das ist hier wieder nichts brauchbares. Zweimal F drin. Ist das doch doof oder was? Farfalle. Wo ist die Doppel-F, Junge? Ja, auch nicht. Pokémon. Ja, da bin ich raus. Die Englischwörter sind die Besten. Ah ja. Ah ja. Oh, Donkey Kong Musik. Sehr gut. Gibt's das? Never. Pikachu? Euer Ernst? Okay. Forst. Der Horst. Ich kann dir nichts sagen zu. Pokémon. Da bin ich raus. Das könnt ihr entscheiden. Guck mal ganz kurz. Ja, da sagen viele X auf jeden Fall. Sehr gut. Und ich glaube, ich zensiere das ganz kurz immer. Sonst macht es mehr Spaß, glaube ich. Also, wenn dir das nicht vorsehen tut. Ich habe noch meinen Zensierbalken. Ich habe ihn extra dagelassen, weil ich mir dachte, vielleicht brauche ich ihn mal wieder. Und ja, ich brauche ihn. Ja, jetzt ziehe ich einfach alles groß. Sehr gut. Ich meine Zensierungsbalken hier mal. Zensierungsbalken, ich brauche dich. Damit ihr nicht abgucken könnt, ihr. Kack. Fühlen abgucken, ey. Immer dieser Abgucker. Immer dieser Abgucker. Stream beginnt. Stream beginnt. Was willst du denn Streamlabs? Was für den Streamlabs, ey. Ja, klappt ja gut mit dem Bot. Richtig gut. Tank. Hallo, Tank. Moin, servus, moin. Wie geht's? Fahrt ist Englisch. Uff. Ja, gut. Bin Profi. So. Mach mal hin jetzt hier. Lag und Squel. Ah ja. Mach mal hin, ey. Was ist los mit euch? Wir sollen bestätigen. Genau. Mach mal hin jetzt hier. Und ein paar sind auch schon wieder weg, oder? Wie soll ich das hier deuten? Richtige Profis am Start. Ich merke das schon. Oh Gott. So. Und das Wort ist... Ich zensiere euch erstmal ganz kurz. Das Wort ist N. Okay. So. Farbe mit N. Äh. Äh. Ja, scheiße, ey. Computerspiel mit N. Da, da fällt mir was ein, Leute. Da weiß ich was. Da bin ich nicht ganz so doof. Englisch Swap mit N fällt mir auch ein. Wort, wo zweimal Buchstabe drin... Äh, zweimal N drin ist. Äh. Ähm. Ja, äh. Das ist schon wieder hier... Pokémon. Warum Pokémon? Ich kenne kein Pokémon. Das ist Betrug. Farbe. Neon. Das habe ich schon verraten, ey. Bin hier voll der Verrater, ey. Ja, in... In 8 Sekunden ist Ende. So, da könnt ihr gucken, was ich genommen habe. Und jetzt bin ich mal gespannt. So, wir sind bei den Farben angekommen, meine lieben Friends. Neon Grün ist richtig, ja. Ja, ja. Neutral Rot. Kenne ich jetzt nicht, aber lasse ich mal so durchgehen. Neon. Neon. Neon gibt's nicht, Junge. Was ist Neon? Neon Grün. Ja, ihr macht mal eine nach, ey. Was seid ihr für... Nougat Braun. Interessant. Nila. Ja, du bist mal auch ein ganz lustiger. Neon. Gibt's auch nicht. Oder sind wir hier in Japan. In Japan. Neon Gelb. Sehr schön. Wörter mit dreimal... Ne, ne. Ja, ist das ein Wort? Ich habe nur zwei Sachen ausgehört. Ja, man kennt's, ne? Ne. Ja, ihr seid da hier. Ihr seid da ganz lustige Leute. Das sind übrigens zwei... Ja, ne, das ist richtig. Okay. Nonne. Nuss. Wo sind da hier dreimal N drin, Junge? Ninn. Stimmt. Richtig. Das bin ich hier gewesen. Mein Marvus DS. Need for Speed. Sehr schön. N. Beste Leben. Nachmacher. Nass. Was ist Nass? Was ist Nass? Neo ist ein Rapper. Ah, ja. Willst du mich verarschen? Jetzt geht auf einmal eine Bot hier los. Der ist ja ganz schnell aktuell. Bei dem läuft der richtig. Nintendo. Ja. Wohl. Computerspiel. Nintendo ist kein Computerspiel, Junge. Aha. Ein Wort auf Englisch. Das war ich. Ist... Uff. Das ist hier schon wieder... Uff. Nothing. Das ist... Ey, guck mal ein bisschen uff. Das ist... Silbe, das warst du? Ah, ja. Ah, ja. Nicht, nicht. Oh. Nagel... Ja, ihr kommt ja auf Ideen, ey. Kommt ja auf Ideen. Nein, 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 nein. Danke, alles schon die... Die Abstimmung ist schon gelaufen. Warum der Bot damit jetzt ankommt, das wisst ihr auch mal ganz gerne. N. Wo waren wir hier? Hä? N. Ah, ja. Glaub ich bin jetzt fertig. Das sind Pokémon. Ja gut, N ist trotzdem kein Pokémon. Alles klar. Ah, ja. Kann ich mitspielen? Jo, kannst du? Wir sind gleich in der dritten Runde, denn kannst du es auch. Alright, Panda. Du wirst gleich gewarnt. Weiß Bescheid. Nicht, 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 nicht. Doch. Ja, genau, Briefweule. So, nicht anders. Ja, meine lieben Freunde, ihr könnt euch wieder mitspielen. Wir machen nachher eine neue Runde. Oh, was kommt jetzt für was ich hier? Wir fühlen uns richtig. Na? Abonnieren Sie jetzt den Kanal, falls ihr neu... Ich bin ziemlich an die Farbe. Ich streamlabs, ich banne dich gleich, ne? Ich banne gleich den Bot aus meinem Server. Ach, ist ein Server. Aus dem Chat. Der will mich so verarschen heute. Stream beginnen. Kannst du mich mal. CryForce, moin. Kann man noch mitspielen? Falls ja, wie? Du kriegst gleich einen neuen Link. Gleich kommt ein neuer Link in den Chat und dann kannst du mitspielen. Und lieber Ibis, komm mal in die Gänge jetzt hier. Haltet euch mal nicht so lange hier auf. Wir wollen ja möglichst spielen. Und ja, lassen Sie gerne ein Like da. Das unterstützt den Stream sehr doll, denn mag YouTube nicht wieder. Also, liked gerne den Stream, falls es euch hier gefällt, an diesem wunderschönen Dienstagabend. Hauen Sie gerne den Like rein. Hallo Kilian, moin. Hallo auch an N.A., moin. Und moin auch an Mehmet Achim. Hallo, moin. Kann ich mitspielen? Gleich kommt ein neuer Link. Und ein neuer Abonnent. Danke an Anno Gare fürs Abonnieren. Willkommen hier bei den Toads. Ja, ich habe ein bisschen die Alerts umgebaut. Jetzt kommt auch wieder die Vips und die Super Chats werden jetzt wieder angezeigt im Stream, Leute. Wenn das nicht toll ist, dann weiß ich auch nicht. Sie werden auf jeden Fall wieder angezeigt. Ich bin jetzt bei Streamlabs und nicht mehr bei Taipi. Wie man, glaube ich, auch sieht, weil dieser Bot spammt hier meinen Chat voll. Das war natürlich nicht so geworden. Irgendwann ist das dein Ernst jetzt hier. Kann man ernsthaft nicht weitermachen, weil eine Person drei Stunden braucht, um das zu machen, oder was ist da los? Ah ja. Wolf to White Leon, moin. Moin, moin. Hallo Kilian, auf jeden Fall. Mein Abo war einfach weg. Ach, YouTube hatte ich einfach die Abonniert. Ah ja. Ah, danke, YouTube. Just Lukuku. Hi, moin. Oh, Streamlabs, da richtet mich auf der Bot jetzt, oder? Bot, du wirst gleich entbottet. So, raus mit dir. Tschüss. Muss ich nach dem Streamer wieder ein bisschen fixen. Irgendwas hat da nicht so ganz geklappt. Oder er braucht einfach drei Stunden. Das kann auch sein. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt nochmal rausgeschmissen. Und ja. Ich werde ihn danach... Ach, jetzt hat er die Votes doch gezählt. Jetzt zählt er die doch. Ah ja. Ne, gut. Anscheinend braucht das immer so ein paar Stunden. Genau wie... Ist das dein Ernst? Ich ragte immer auf den Discord gerade, ne? Ich habe das Gefühl, das ist ein Faker, der sie einfach so genannt hat. Der Bot verliert seinen Bot-Rang. Ja, auf jeden Fall. Silvi, ist das dein Ernst? Warum? Was soll das da werden? Ja, das Spiel packt. Das ist ein Random-Name. Als ob Ibis ein Random-Name ist. So. Oh. Ja, gut. Äh, ja und jetzt? Die kommen jetzt hier raus. Gar nicht mehr. Kann ich hier irgendwelche Bannen? Nö. Ich habe hier auch gar nichts. Starte neu. Ja, muss ich wohl. Pius, bester Mann. Willkommen im Stream. Moin. Was ist los? Ich dachte, du bist das hier. Da unten, weißt du? Aber ne. Kalital, moin. Okay, ich starte mal neu. Anscheinend. Ja, neues Spiel. Ah, hier kann ich das auswählen. Ah ja, Leute, okay. Haut mal rein, was ich alles so für Kategorien auswählen soll. So, also als erstes kommt jetzt hier mal das hier weg. Ganz dringend. Äh, YouTuber würde ich auch nicht reinmachen. Games und Spiele ist ganz gut. Dinge, die man jeden Tag macht. Ich nehme sie mal dazu. Bin auf eure Antworten sehr gespannt. Jetzt ist der Bot immer noch da. Auch Entmodelt ist er am Start. Ah, ja, ja, sehr gut. Halt den Mund, Junge. Ähm, ja, wir nehmen mal die Länder rein. Spielzeug im Happy Me. Willst du mich verarschen eigentlich? Das nehmen wir mal raus. Hat mir eben gerade erst. Ja, aber was wollen wir noch reinnehmen? Nein, kein Pokémon. Land, Pokémon, Kompierspiele. Dinge, die in HWs Apfaleimer. Sehr gut. Ja, essen können wir gerne mal reinnehmen. Moin an der Zockerboy. Moin. Alter, das wird ziemlich einig. Ich banne den gleich aus. Der wird gleich gebannt. Der wird wieder verarschen. Das kann ja noch nicht sein Ernst sein. Der sperrt mich hier voll. Na gut, der erzeugt Chatnachrichten. Ich glaube, YouTube findet das relevant. Halt doch den Mund, Junge. Der Bot mobbt mich heute. Ich glaube, das passt so, oder? Fiktive Charaktere. Wo sind die denn? Wo sind die fiktiven Charaktere? Ach da. Ja, meinetwegen. Videospielcharaktere. Ja, das ist ja fiktiv. Das passt denn so. Oder nehmen wir wieder Videospielcharaktere. Da kenne ich mich besser aus. Ich glaube, das passt so, ne? Ja. Okay. So, jetzt kommt ein Link rein, Leute. Gehen wieder auf 20. Zeitlimit 60 Sekunden. Und los geht's. Da ist der Link. Kommt ganz schnell rein, Leute. Und dann geht's ab hier. Hat er den Link jetzt gesendet? Der wird mir gar nicht angezeigt. Ist der Link da? Au, ey. Gamer Toad. Woh, 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 woh. Halt, stopp. Was ist denn jetzt los? Kommt der Zoll einfach zweimal. Guck mal. Eier. Leute, klappt echt gar nix hier. Dankeschön, Gamer Toad. Herz in den Chat, Leute. Lasst uns Views Anzeige unten eliminieren. Oh Gott. Du hast hier erfahren. Warte, warte, fack. Wie schnell geht die runter? Hast du mich halb gekillt? Hast du mich halb umgebracht? Ja, moin. Er hat den Pod auf jeden Fall halb besiegt. Sehr gut. Einfach doppelte Musik. Ey, auch mal ganz gut. So, es geht schon los. Ich raste aus. Okay, der mal ganz schnell. Ähm, Farbe mit K. Äh, ja, moin, ey. Komm, wieder spielen mit K. Bin schon wieder lost. Alter, Gamer Toad. Gamer Toad. Ey, was ist denn hier los, ey? Ich komm gar nicht klar. Danke dir. Auf jeden Fall danke dir, Gamer Toad, ne? Herzlichen Chat für ihn, falls er nicht gerade mitspielen tut. 14 Sekunden ist Ende. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen kontrovers hier sein. So, Videospielcharakter. Äh. Äh, ja. Ja, äh. Ah, nee, ich hab's. Nein! Ja, sehr gut. Sehr gut. Muss erst mal los, alles klar. Hau rein. Ich stirb. Gamer Toad, danke dir. So. Warum heiße ich Hamster? Keine Ahnung, was sind so, äh, random Namen. Ich bin Boss genug, ja. Gamer Toad ist jetzt der Moss. Hehe. Besiegt Gamer Toad, Leute. So, jetzt muss ich jetzt erstmal laden. Jetzt hier alles klar. So. Code Braun. Sehr gut. Tolle Farbe, Leute. Man hat zu wenig Zeit, meinst du? So. Code Braun. Ja, beste Leben. Kackbraun, XD. Kackbraun, ja, ist okay. Ist, ist. Oh. Kacki. Das ist wirklich, das ist keine Farbe. Das ist auch keine Farbe. Kacka Kampen. Nein. Einfach nur nein. Was? Kanalisationskanal. Ist grundsätzlich ein Wort? Kekskek. Das kenne ich aber nicht. Kuchen Backofen Kindersicherung. Ey, ihr seid innovativ auf jeden Fall. Kackalake, ja. Keks Game. Ah, Kirby. Oh, so lost, ey. So lost. Irgendeiner war auch auf... Ne, wo habe ich das denn gemacht? Ich bin so lost schon wieder von mir. Hat mir nicht gerade Games? Oh, what? Hä? Warum zweimal? Was? Kirby, Junge. Lernen bitte Sprachen. Nächstes Mal. Hier bin ich am Start. Yay. Bin auch am da. Ich bin der Wasp. Innovativ. Ja, innovativ. Innovativ. Ja. Kochen habe ich heute auch gemacht. Kekse essen. Das warst du täglich. Ja, gutes Leben auf jeden Fall. Kino. Oh, der Panva gönnt sich täglich Kino. Ja, das ist sein Lifestyle. Kinderschlagen. Gämer tot sagt es gerade. Ja, moin. Kurdistan. Ja. Kosovo kennt man auch. Kanada. Da wandelt man aus. Kroatien, da war ich im Urlaub. Kasachstan. Kas kenne ich jetzt aber wirklich nicht. Keine Ahnung, du. Kroatien. K ist kein Ding. Kolumbien. Kasachstan. Okay. Das bin ich hier wieder gewesen. Der Kaffee. Karotten. Oh, 3D World. Dude, 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 dude. Mann, ich will ein 3D World Port. Nein. Weißt du, was Nintendo macht? Die kündigen eine Pokémon Direct an. Ihr könnt mich machen, ey. Ich will eine Nintendo Direct mit Mario 3D World. Das geht doch nicht. Karottensaft. Kakao. Knackwurst. Cola von Fritz. Werbung. Kirsche. Karotze. Was ist eine Karotze? Kiwi. Kohlrabi. Ja, Käse. Kräuter Tee. Wunderbar. Das sollte Knochen-Bowser heißen. Lassen wir mal so durchgehen. Das kann ich aber nicht durchgehen lassen. Ey! Das kann ich aber nicht so durchgehen lassen. Also ein bisschen Rechtschreibung brauchen wir denn doch mal, ne? Kirby. Junge. Er hat nur einen Fehler. Der hat sogar zwei Fehler. Obwohl, ne. Strafe muss sein. Kane. Wer ist Kane? Kenne ich nicht. Kelly. Kenne ich auch nicht. Also ich kenne hier eine YouTuberin, die so heißt. Aber, ja, ich glaube, die ist keine Videospielcharakterin. Ah, ja. Ehre. Das macht man jeden Tag. Keine Freunde haben. Ja, kann vollkommen. Ich kann das alles sein besser. Oha. Hab dich vorhin dort im Chat gesehen. Im Pokémon-Chat. Ja, ich musste meinen Frust rauslassen. Man sollte anderthalb Minuten Zeit haben. Kann ich beim nächsten Mal einstellen. 90 Sekunden ist okay. Kirby weiß das dann. Ernst? Okay, nächste Runde. Los geht's. So, wir haben das Wort M, Leute. Farbe mit M. Äh. Da bin ich ja ganz schlecht, ne. Ich fange erst mal an mit Essen. Da weiß ich was. So, Land mit M. Ähm. Da geht's schon wieder los. Ich muss überlegen, ey. Video-Spiel-Charakter mit M. Oh, Mann. Ich bin so lost. Ich gucke in meine Amiibo-Vitrine. Ich habe keine Zeit. Scheiße. Okay, ich habe zwei Wörter bisher. Computerspiel. Äh. 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 Farbe. Wörter mit 3x M. Oh, Mann. Ich bin so dumm. Videospiel-Charakter. Oh, bin ich wieder so lost. So lost. Ich raste aus. So. Ich habe wieder sehr viel. Oh, matt-grau. Ah, stimmt. 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 Jetzt könnte man machen. Warum braucht es mal 3 Stunden zum Laden? Warum? Hattet zwei Sachen nett. Oha, so gut warst du. Oha. Ich war nicht so gut. So. Ja. Innovativ. Marine-Blau. Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, schreibt da nicht irgendwas hin. Okay? Dann geht es schneller. Milchig-Weiß. Wörter mit 3x Buchstaben. Ja, auf jeden Fall lesen und rechnen können. Memmel. Master Mind-Gamer. Ah, ja. Mama Mia. Mutter Malen... Was? Mutter Mal... Malen... Entfernung... Leeren... Insti... What the fuck, Alter, Junge. Mama Mia. Mama... Mama Milch. Ohoho. Mummeltier. Was? Mummeltier. Mit Mumm. Vadara. Was? Da ist nur ein M, Junge. Bist du komplett lost oder was? Bester Name. So können wir das Spiel. Oh, Mario. Mega. Ruf mir die Polizei. Oh, ich bin so dumm. Oh. Ich einfach... Oh, Junge. Das hat ja auf jeden Fall Marmelade. Ja, krass, ne? Mama. Mama, Mama. Meme. 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 Mutter Mal. Ja. Mama. Ja, da war ich schon wieder lost. Ohne Ende. Oh, Ehre an ihn hier. Mauser David. Sehr gut. Dinge, die jemand den Tag merkt. Magus. Domteno, bist du dabei, oder was? Bist du in der Gruppe? Mäuses... Oh, Mäuse streichen, malen. Ach, der malt jeden Tag. Mama ist kein... Das ist keine Tätigkeit. Mixen. Aha. Müsli essen, Milch trinken, Mampfen, Marmeladenbrot essen. Kennt ihr diese Sendung bei Kika damals? Das Erdbeermarmeladenbrot. Ich hab diese Sendung irgendwie so komisch gefunden damals und so nervig. Er mäht einfach jeden Tag seinen Rasen. Sehr gut. Motzen. Land. Oh, da hätte ich drauf kommen können. Mexiko. Ja, auf jeden Fall. McDonalds-Insel. Bruder. Innovativ, aber nein. Was soll das sein? Da ist es von Ländern die Rede, nicht von Bundesländern. Moskau ist auch kein Land, sondern eine Hauptstadt. Molta, Wien. Was ist das denn? Meil. Kenne ich auch nicht. Marmelade. Masse. Emolka high und Lazy 100 oder so high. Moin. Mozzarella. Oh, lecker, lecker, lecker. Masse sagt, was ist das? Kann mir jemand helfen? Einem geht's wirklich jetzt auch nicht so weit ganz gut. Mango. Milch. Mandeln. M&M's. Marv, Mario, Mutant, Tionia. Sehr gut. Was habt ihr denn für Probleme? Beide schreiben einfach beide A groß. Ah, ja. Mar. Nö. Metroid. Sehr gut. Okay, ja, ich bin fertig. Hau drei, Leute. In die Bestätigungsbutton-Taste. Ich hab mir das damals immer reingezogen. Ich fand das nervig. Tom und das Marmeladenbrot mit Hose. Oh, nee. Genau, Antonio. Genau. Genau, genau, genau. So. Dann mach mal. Kommt in die Gänge, Leute. Da fehlt Mairon. Nein, Game of Taut. Der fehlt da nicht. Und sieh, wie ist anscheinend der Polar. Okay, ich guck mal nach. Wo ist der Polar? Ah, keine Ahnung gehabt. Oh. Oh. Belastend. Ja, Leute. Und die Frage ist jetzt, wer besiegt als nächstes den Gamertode? Das ist die Frage. Unten, die ganz neu ab heute, der Stream-Boss-Kampf. Und aktuell haben wir da Gamertode mit 600 EP. Mal gucken, wann der besiegt ist durch Abonnenten, durch VIPs, durch Donations, sonst irgendwas. Wir wissen, Gamertode besiegen, der darf da nicht sein. Und am Ende gibt's auch ein, ähm, Credits. Wenn das Stream zu Ende geht, gibt's Credits. Wer heute so rausgehauen hat. Mal gucken, ob das funktioniert. Über Streamlabs. So, jetzt haben wir das Wort P. Aha. Das kann eine Heider werden. Dinge, die man jeden Tag macht mit P. Äh. Ah ja. So. Land mit P. Ähm. Ja gut. Essen, Trick mit P. Ich bin echt lost, ne? Ich bin echt lost. Das geht mir zu schnell hier. Ich hab keine Zeit, Junge. Ich hab auf jeden Fall eine Farbe gefunden. Bin nämlich gut, ey. Hab ich vor kurzem gesehen, als ich im Baumarkt war. Land mit P. Äh, ja. Ja, das geht wieder richtig gut, muss ich sagen. Nächstes Mal machen wir die Zeit auf jeden Fall größer und größer. Ich bin der King, ey, ja. Bei mir geht das nicht. Du meinst, die sei die jetzt hier, oder was? Du musst mehr Zeit. Jo, bei der nächsten Runde. So. Ich hab ein paar Sachen gefunden. Werden's nicht sehen, Leute. Ist doch schon wieder Runde 3 von 3. Dü, 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 dü. Splatoon-Musik. Ja, Mann. Vielleicht kommt ja, ähm, nächstes Jahr der dritte Teil. Oder ein, äh, Splatoon-Spin-Off. Splatoon-Battle-Royale. Laden, Junge. So, ich hab auf jeden Fall hier, ähm, Polarweiß gewählt. Ist eine Farbe. Wer ist hier so ehrenlos? Ist eine Farbe? Geh in den Baumarkt, Junge. Guck dir das an. Unverschämtheit. Pink. Pink. Beste Farbe auf jeden Fall in ganz Deutschland. Ära. Oh, Polar. Ära an dich. Sehr gut. Wörter mit 3 mal P. Pappe. Ja, innovativ. Das ist gut. Puppe. Papa Po. Was ist das für ein Wort, Junge? Pip. Ist nicht 3 mal? 3 mal. Pip, Junge. Lern bitte rechnen. Papa Lapan. Junge, was? Was sind das hier für Wörter? Pampelmusen-Professor. Innovativ. Oh, no. P.U. ist bestes Game auf jeden Fall. Oh, ich bin so dumm. Paper Mario. Oh, das ist der... Oh, no. Oh, Gott. Lost, ey. Lost. Ey. Danke dir. Green Banana LP für die Donation. Die Superstickers werden sogar angezeigt. Natürlich nicht das Bild, aber trotzdem danke dir auf jeden Fall für zwei Schweizer Franken. Herzen auch für ihn in Shacklaude und Pilze. Danke dir auf jeden Fall. Und ja. Jetzt zahlen wir den Toad. Jetzt haben wir... Oh, Gamertraud wurde schon... Ja, ein Viertel ist es? Oder wie viel ist das ungefähr? Oh, ein Drittel ungefähr. Gamertraud wurde schon ganz gut besiegt. Äh, gut getroffen, würde ich sagen. So, machen wir weiter. Mit der Musik bitte auch. Falls es ihnen noch geht. Sehr gut. So, Pokémon, ja. Porte, ja. Pikachu, let's... Ja, Peach. Was war das hier? Naja, Peach ist kein Videogame. Promukki, das Game. Was ist auch... Gibt es das echt? Okay. Pumpe? Pumpe? Na gut. Piep. Piep ist kein Wort, Junge. Papa. Popo. Piepi. So, ich habe das Gefühl, ich rede hier mit Drittklasse an, ey. Ich kenne so ein paar Wörter, so Papa, Pipi, Pupu. Bestes Game immer noch, ey. Ja, aber immer noch Bestes Game. Da war ich auch innovativ. Piusk. Oh. Ehre. Piesen. Was ist das? Putzen. Ja, ich würde auch mal gerne jeden Tag putzen. Innovativ. Mhm. Ja, pusten. Papier falten. Pferde reiten. Oh Mann, ist halt auch wieder... Ah ja. Portugal. Alter, Junge. Piro. Ah, Polarland. Da habe ich auch überlegt. Ich wollte immer mit Polar schreiben. Was ist das? Immer noch nicht. Auch kein Ding hier. Pizza. Sehr gut. Ist auch nix. Videospielcharakter. Ich bin kein Videospiel, Junge. Was ist das? Was ist das? Peach. Pikachu. Prinz. Obwohl, was ist Prinz für ein Charakter? Ah ja. Also einige sind auf jeden Fall sehr kreativ. Willst du an streamen? Mal gucken, mal gucken. Lost Pews am Start. Ja, immer, immer. Minus 185 HP. Es war sehr effektiv. Ja, Gamertode wird schon mal ganz gut getroffen, Leute. Werden wir ihn besiegen, den Gamertode? Das sehen sie nach der Werbung. Koala Man. Moin Pews. Moin. Moin Moin. So, Leute, gleich gibt's eine neue Runde. Bleiben Sie dran. Neue Runde, neues Glück, dabei zu sein und mitzuspielen. Gleich gibt's den Link in den Chat, Leute. Macht euch bereit. Falls die letzten zwei nochmal in die Gänge kommen. Es gibt wirklich McDonald's Insel. Google. McDonald's Insel. Willst du mich verarschen? McDonald's Insel. Die McDonald's Insel sind eine kleine, unbewohnte Inselgruppe im südlichen Indischen Ozean. Ah ja. 427 Kilometer südöstlich der französischen Kerguelen. Zusammen mit der 43 Kilometer östlich gelegenen Insel Herat und dem Meeresgebiet um die Insel wählen sie das australische Territorium McDonald's Inseln. Alles klar. Irgendwo in Australien südlicher Indischer Ozean, die McDonald's Inseln. Da mache ich bald Urlaub. Ist ein toller Ort. Stimmt. Jason, moin. Moin, moin. Ja, auf jeden Fall kümmere ich mich beim nächsten Mal um den Bot, dass der hier nicht zuspamt. So, ähm, kommt es mal in die Gänge hier, Gabil. Ich versuche mal mitzumachen, aber danach gehe ich, egal ob ich mitspiele oder nicht. Alles klar. Da lebt Domi. Das glaube ich auch. Prinz aus Animal Crossing. Ja gut, dann kann man sehr viele Namen nehmen, ne. Ah, ist fertig. Gesamtergebnis. Wir gucken rein, Leute. Gewonnen hatte. Gramm. Glückwunsch an dich. Wer ist Ramm? Schreibt es mal in den Chat, Leute. Wer ist Ramm? Wer ist auf dem zweiten Platz ist per Woll? Und Wolverine ist auf dem dritten. Herzlichen Glückwunsch. Meldet euch mal in den Chat, Leute. Wer ist hier wer? Die Briefeule. Ah ja, du hast gewonnen. Sehr gut. Ich bin siebter. So, wo bin ich eigentlich? Ich war der, ne? Ich bin Platz 17. Ja, Mann. Sehr gut. So. Neues Spiel. Neues Glück, Leute. Und jetzt müssen wir mal das auswählen hier. Das kommt erstmal raus. Ah, warum war das doch zweimal drin? Was soll denn der Scheiß? Das hatten wir gerade eben. Diese Wörter regen mich jetzt auch völlig auf. Kein Bock mehr, Alter. So. Jetzt gehen wir mal auf Städte. Todesursache. Wir gehen mal auf Berufe. Da schreibt ihr dann bitte keinen Scheiß. Falls ihr keine Ideen habt, einfach nichts hinschreiben. Was wollt ihr noch haben? Was wollt ihr noch haben? Ja, neues Bild. Jo. Kein Land mehr. Genau, ich hab jetzt auf Stadt gemacht. Oh, es wird tun wieder. Neo, moin. Moin, moin. Keine Städte. Ja, dann mal gucken, ne? Pizza zum Teil. So scheiße. Komm, wir gehen mal auf deutsche Vornamen. Deutsche Vornamen. Dann wir gehen auf allgemeine Vornamen. Komm. So. Was ist schon ein deutscher Vorname, ey? Kannst euch das beurteilen, oder was? Hab ich hier den Duden offen? Obwohl, im Duden sind bestimmt keine deutschen Vornamen. Was ist ein deutscher Vorname? Ist eine gute Frage, ne? Na. Passt das so? Ich würd sagen, ja, ne? Stadt, Beruf, Videospielcharakter, Games, Spiele, Vorname. Ich find das schon mal ganz gut, so. Jo, das passt. LOL, Champ. Was ist das? Ach, ne, das ist dieses, äh, dieses, äh, ich weiß schon, ja. Dieses RPG-Ding da. Spectrum-Musik, ja. König Yoshi, moin. So. 20, wieder volle Pulle. Okay, Zeitlimit. 90 Sekunden. Hier bekommen wir jetzt 30 Sekunden mehr, Leute. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Jonas Adolf, das sind deutsche Vornamen. Ja, gut. Kommt mal rein. Gleich gibt's den Link, Hannah. Und moin noch an. Luigi, Idiot. Hallo? Hallo? So. Alles klar. Ab geht's. Der Link kommt jetzt im Chat, Leute. Vier Mal, das sollte reichen. Kommen Sie hier rein. Die ersten 20 kommen hier rein. Das ist das Ende. 41, Leute, um die Zeit, ey. Gross. Goll. Hallo, Leute. Haben Sie schon alle ein Like da gelassen und den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert? Und kommen Sie auch gerne auf meinen Discord-Server. Yay. Pascal März. Moin. So. Noch vier. Ich trinke jetzt noch ein bisschen Apfelsaft. Prost. So, Prost. So, noch zwei können noch, wenn ihr wollt. Tschüss an den einen. Hier wieder Wolverine. Ich bin hier wieder der Wasmer. Hallo, Was. Was so geht. Was geht, was geht. So, einer noch. Einer kann noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht hier los, meine lieben Friends. Dann geht's los. Bin wieder Dunlin. Sehr guter Name. Oder auch, ja. Kommt, einer wähler. Ja gut, wir können auch so anfangen. Müssen ja nicht warten. Use Billings Bärm. Ah, doch voll jetzt. Sehr gut. Arms Musik. Arms. Wer kennt das Spiel noch? So. Erst mal zensieren. Erst mal zensieren. Damit ihr nicht abgucken könnt, die alten Abgucker. Bush Games mit M. Das ist schon wieder so eine gute Frage. Ja, äh, scheiße. Videospielcharakter, das ist ja einfach. Start mit M. Habe ich auch eine. Habe ich auch richtig geschrieben, oder? Ja, jetzt aber. Beruf mit M. Easy. Vorname. Joa. Essen mit M. Ähm. Joa, auch easy. Habe mir M nicht schon mal gehabt. So, easy. Alles richtig. Alles richtig, Leute. Was hat alles richtig? Also alles ausgeführt. Sebi hat auch alles ausgeführt. Sehr gut. Profi. Absolut Profi. So, gleich noch Ende. Und da sind die Antworten. Bin fertig. Sehr gut. Habe das erste Mal alles ausgeführt. Arms Musik ist schon ganz cool, ne? So. Mario Bros. ist von mir. Mario Kart geht auch klar. Wunderbar. Metroid. Mario Maker 2. Mario Bros. Metroid. Ja, sehr gut. Mega Man. Da läuft's. Skill schmiert. Richtig gut, Leute. Ja. Magis Burger. Mango. Machen wir ganz schnell heute durch hier. Milch. Was? Milch. Speiseeis. Ja gut, passt auch. Mach halt noch komplizierter. Möhre. McDonalds Pommes. Milch. Ja, wunderbar. Obwohl, das kenne ich jetzt hier nicht. Da habe ich keine Ahnung. Spielcharakter. Mario. Aha. Mario Marf. Ja. Hm. Sehr, 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 sehr. Mario Mario. Da wurde einmal hier auf einer auf Doppel sicher gehen. Magdeburg. München. Hm. Madeira. Ist zwar ja eine Insel, aber lass mal durchgehen. Moskau. Madrid. Moskau. Sehr gut. Ja, innovativ, Leute. Da war ich hier. Maler. Mechatronik. Mechaniker. Maler. Maura. Ja, sehr gut. Das lief auf jeden Fall richtig gut. Marie. Ex-Freundin. Oh. Lastens. Malte. Ja, sehr gut. Mert. Milo. Moin. Manfred. Stimmt. Manfred Toad. Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, sehr gut. Das ging easy. Sehr, sehr gut. Das war eine gute Antwort. Bin sehr stolz auf euch, Leute. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Like geht raus an euch. Ihr könnt auch gerne mal raten, welche Musik das ist, wie jetzt gerade Hannah gesagt hat. Go-Rohn-Musik. Weiß gerade selber nicht. Guck mal nach. Ja, kann sein. Steht jetzt nicht ganz genau. Wow. Da steht noch das Spiel da. Twilight Princess ist auf jeden Fall das Game. Ja. Ab geht, würde ich sagen. Nein, 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 nein. Noch nicht. Es brauchen noch welche Zeit. Kommt in die Gänge. Kommt in die Gänge. Ich kann jetzt auf die Schulter klopfen. In der Tat, ja. Yay, Pews ist stolz. Ja. Einmal im Leben. So, einer noch. Hamster, komm in die Gänge. Komm. Komm, komm. Hamster, du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Wird er es schaffen? Das sehen sie nach der Werbung. Komm. Komm, Junge. Komm, wenn sie in die Gänge. Übrigens hat das Format Random Games ein eigenes Logo, falls ihr sehen tut. Wir haben da jetzt ein eigenes Logo mit den Joy-Con. Okay, so. Okay, das nächste Wort ist A. Games mit A, Games mit A, Games mit A, da fällt mir was ein, ähm, das ist auch easy, Videospiel-Character mit A, da habe ich jetzt gerade keine Idee. Beruf mit A, Beruf mit A, da fällt mir was ein, da fällt mir was ein. Sehr gut, nur noch Videospiel-Character. Das nächste Wort ist A, ist doch richtig, ach Wort. Buchstabe, Buchstabe, ja moin. Videospiel-Character. Warte mal, ich mach mal meine, ich guck mal in meine Amiibo-Vitrine, wenn ich halt Licht hätte, ey. Mach mal hier das Licht an, ey. So. Äh. Ich hab keine gefunden. So, gleich zu Ende jetzt hier, in drei Sekunden. So. Und jetzt gucken wir mal, was ihr so schönes hingeschrieben habt. Wie immer ganz oben. Ich mit Arms, ja, bin sehr schlau. Animal Crossing natürlich auch möglich, ganz klar. Armageddon kenn ich jetzt nicht. Das kenn ich jetzt nicht. Ich lass es aber mal so. Sagt mir auch nichts. Das, was ich nicht weiß, mach ich auch mal so, ne. Wenn ihr alle das kennt, dann ist ja gut. Wenn ihr kosten, ahnung, kenn ich. Sehr gut. Ah, wer war das denn? Das Game hab ich mal in einem Video gespielt. Das war das 1-Euro-Game. Ehre. 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 Mach die Haken, die Xe weg, Leute. Das gehen. Hab ich selber. Keks. So, Apfel, Apfelsaft. Apfel, aber mit Saft dahinter. Sehr gut. Apfelsaft, Ananas, Apfel. Ja, da war wieder jemand kreativ. Auflauf, sehr gut. Anton, Elmer Crossing, okay. Den gibt's da echt? Alfred. Sagt mir jetzt nichts. Annatelle. Ja, okay. Ja, am besten schreibt ihr den Spielennamen dazu, falls der nicht so bekannt ist. Aachen. Was habt ihr gegen Aachen? Seid ihr bedrofft, oder was? Aachen. Wer kennt das nicht, ey? Amsterdam. Oh. Hab ich's falsch geschrieben? Oh, shit. Hab nichts gesagt. Was ist das denn? Das hab ich aber eigentlich noch nicht gesehen. Aachen, schreibt man mir dafür. Oh, 3D geholt. Leute, welche Welt? Schreibt es mir. Komm. Schreibt es mir, welche Welt? Müsst ihr wissen. Kenn ich auch nicht. Ankara. Ja, das ist Türkei. Amneville. Beruf. Ampelbauer. Das sind hier die kreativen Berufe in meinem Leben. Ich werde jetzt der Ampelbauer, Leute. Ich baue euch eure Ampel vor die Haustür. Anna. A. Bester Beruf. Anrufe. Anrufe. Alter, Junge. 2. T. Junge. Anrufe. Lustig, aber falsch. Architekt. Schon wieder einer, Junge. Bester Beruf, Junge. Das ist jetzt kein Beruf, mein Lieber. What the fuck. Ja gut, ich kann es dir echt vorstellen. Irgendwo auf irgendeinem ganz verrückten Land. Ganz bestimmt. Amateur ist auch kein Beruf. Du bist in etwas ein Amateur. Das ist eine Eigenschaft, aber kein Beruf. Ein Macher. Apotheker. Ja, das ist ja der Aporet. So, Alex. Annegret. Gott. Aaron. Das hat sich auch nicht fehlen. André, Antonio. Andreas gibt es hier nicht, ne? Keiner hat an Andreas gedacht. Lastens. Ja. Wunderschön. Tariq. Willkommen hier zurück. Und willkommen auch an Leon Pika. Hi. Moin. Anmacher ist ein Beruf. Ah ja. Mario 3D World Overworld 1. In der Tat, Hannah. Das ist richtig. Was zockst du da? Stadt, Land, Fluss mit euch, Leon. Ihr könnt mitspielen. Alle drei Runden gibt es eine neue Lobby. So, gleich geht es auch in die nächste Runde. Wenn die letzten zwei noch schnell fertig sind, dann geht es weiter hier. Bei mir kackt der Stream die ganze Zeit ab. Ich hoffe, das ist nur bei dir so und nicht bei allen. Aber zumindest schreibt das kein anderer. Deswegen nehme ich mal an, dass das sonst ganz gut funktioniert. Hoffe ich zumindest. Das wäre zumindest optimal, ne? Amster macht auf alles X. Okay. Aber ein X wird das Spiel nicht jucken. Ich glaube, das müssen mindestens... Wie ist das so? Müssen das... Gibt es da eine bestimmte Grenze? Gibt es da eine bestimmte Grenze? Also wie viele X müssen sein, damit das als falsch gewertet wird? Das ist eine wichtige Info, eigentlich mal. Feiere das Zollersböckis. Jo, da kommt auch demnächst ein neues Video, ist schon fertig. Wird demnächst dann veröffentlicht. Als Premiere. So, nächste Runde. Jetzt gibt es das Buchstaben D. Ich wollte schon wieder Wort sagen. Es ist ein Buchstabe. So, ähm... Da weiß ich sofort eine Stadt. Beruf. D. Weiß ich auch was? Sehr gut. Vorname mit D. Äh... Okay, dann mal. Tschüss, sei da nix mehr, dass da war's. Hau rein. Stream ist okay. Sehr gut. Wenn mehr als die Hälfte X ist. Alles klar. So, ähm... Games mit D. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich bin da irgendwie nicht so gut heute. Ehe. Mann. Nur noch... Aber Videospielcharakter fehlt auch noch, ey. Boah. Dort. Ich hatte ja gestern Geburtstag. Wie alt bist du geworden? Wendem Vic. Ist einfach alles gut und nachträglich. Halt auch an Wilhelm Weidig. Moin. Moin, moin. Wie das ist, wir tun Musik? So oft ist es, wir tun heute hier. Ich kenn eins. Lär, verrat es mir. Komm, verrat es mir. So, nach 10 Sekunden, Leute. Dann ist hier wieder Ende. So. Doom. Doom. Stimmt. Intelligent. So. Was ist Death für ein... Videospiel? Ich hab so Cringe. Ah ja, Gamertraut. Dimensions. Lego. Ja. Stimmt. Death kenne ich jetzt nicht. Dart. Ja, ist ein Spiel. Heißt ja Games und Spiele. Ach, Death Standing. Ja, ich... Okay. Alles klar. Day, Z. Kenne ich auch wieder nicht. Der Bausimulator. Das ist ein Spiel. Das schlägt das nicht. Das ist ein Spiel. Was gibt es? Ah, nee, der Baum. Nee, das gibt es, glaube ich, eher weniger. Was kommt eigentlich, wenn ich auf Stufe kriege? Baum-Simulator. Das gibt es ja wirklich. Baum-Simulator. Alles klar. Was ist... Ja, toll. Ja, gut. Gibt es wirklich, Leute. Anscheinend. Das kenne ich auch. Donkey Kong. Ah, Dr. Mario. Ja. Diddy Kong Racing. Junge, Diddy, ey. Ich raste aus. Aber... Lassen wir mal durchgehen. Disney's Darko, Bad Duck. Ja. Beste Leben. Donut. Warum geben da Leute Haken? Ich verstehe es nicht. Wer auch immer das ist. Leute, guckt euch die Wörter auch an, oder? Daddl. Ja. Dosenfleisch. Dosenfutter. Ja, okay. Ah ja. Muss das ja nicht schlafen gehen. Alles da, Tim. Schön, dass du da warst. Pudeln, Nacht. Durstlöcher gibt es. Donkey Kong. Dante. Wer ist Dante? Junge, manchmal muss ich los. Dose. Daisy, Daisy, Diddy Kong. Da kann du... Oh, das wäre schon wieder so einfach gewesen. Dick da. Da gebert. Aber ihr habt alle da nix gegeben. Also passt das, glaube ich schon. Düsseldorf, das war ich. Wer gibt denn da nix, Junge? Wer kennt denn bitte Düsseldorf nicht? Da muss aber ganz dringend los. Dom. Dom ist doch keine Stadt. Dom ist ein Dom. Oder Stadt? Dumm. Beste Stadt. Darmstadt, Dortmund, Dresden. Da könnt ihr gerne auch mal ein X geben, oder? Da sind wir zu wenig Xer. Dresden, Darmstadt, Düsseldorf, Darmstadt, Dortmund, Duisburg. Düsseldorf, Düsseldorf, Dortmund, Düsseldorf. Sehr schön. Dachdecker. Junge, was? Wer kennt denn bitte Dachdecker nicht? Designer, sehr gut Dummheit, bester Beruf Doktor, Donald-Verkäufer Damen, Arzt, sehr gut Vorname Daniel, Dominic, Dorin Dumme, Donnie, Dominic Ja, alles klar Okay, wunderbar Der Hamster macht nichts Ja, solche gibt es immer, so ein paar Leute Die einen Triggern wollen Aber Ein X macht den Kohl Auch nicht fett hier So Welche Musik ist das jetzt hier? Ah, Twilight Princess Musik, okay Interessant Interessant So, der macht mal hin hier Die letzten zweimal wieder Was ist das hier? Eine Uhr, was heißt eine Uhr? Was war das in der Uhr? So Gleich machen wir weiter Ah, schon wieder Runde 3, okay Dann gibt es gleich wieder die Ergebnisse Alles klar Da bin ich ja sehr gespannt Gleich gibt es die Ergebnisse Sehr schön Okay, die Musik kennt jetzt jeder, oder Leute? Schreibt es nicht halt Die Musik kennt halt wirklich jeder Also wenn es ja jetzt jemand gibt, der die Musik nicht kennt Dann müssen wir ganz dringend los Und Hamster Mach hin Dies wird gleich dämonitisiert, hä? Füll einfach die Haken aus Und schreib nichts im Chat, Junge What the fuck? Sehr gut Hotel Mario So, auf dem ersten Platz ist Wolverine Auf dem zweiten ist Anogari Auf dem dritten ist Bison Schreibt zum Chat, Leute Wer ist hier wer? Wer ist hier wer? Ich bin mal wieder auf welchem Platz? Bin der Wasp Der Wasp Platz 14 Ja, Mann Gehen wir uns auf welcher Platz bist denn du? Warst du der Wolverine? Beantwortet erstmal meine Frage Oder auch nicht Tschüss Wer war denn jetzt hier wer? Ich weiß nicht wer ich bin Das siehst du oben rechts Da siehst du den Namen Guck mal, da oben Wieder Name My64 ist natürlich richtig Bin Erster Ah ja So Ja, wollen wir noch eine Runde machen Oder wollen wir was anderes spielen? Das ist jetzt so die Frage Wir können doch was anderes spielen Ich war polar, aha Oder wir machen noch eine Runde Wie gesagt, was ihr so wollt Haben das Spiel jetzt im Grunde auch gesehen Bin Fünfter Na ja immerhin etwas Trotzdem, Beide, du musst auch los Alles klar, tschüss Die Hälfte geht jetzt gefühlt Noch eine Runde Nochmal Noch eine Runde Noch eine Runde Weiter Noch eine Runde Okay, dann machen wir noch eine Runde Machen wir noch eine Runde So Mit den Dingern So, Videospielcharakter habe ich das mal genug gesehen Games hatten wir eigentlich auch mal genug Berufe können wir noch gerne noch ein bisschen drin lassen Wir nehmen mal rein Todesursache Kann ganz lustig werden So Joa, was hat man noch nicht Was könnte man noch machen? Ja, wir nehmen mal Tiere rein Tiere easy Dann reicht es da auch Reicht es für dich auch Eins, zwei, drei, vier Wir müssen halt nicht immer so viele nehmen Wir gehen noch ein bisschen schneller die Runden Big Blue MK8 Deluxe Genau Ja, vier reicht auch mal, finde ich Dann geht das Ganze ein bisschen schneller hinterher bei der Auswertung Wir machen wieder 90 Sekunden trotzdem rein Volle Lobby So Neuer Link Kommt jetzt in den Shit, Leute Gut euch FCO In der Tat Das ist richtig Für wir verkacken Ja Ich wäre gerne mal in den Top 5 oder so Ganz gerne Das wäre schon ein Erfolgserlebnis Muss ich sagen Das wäre schon ganz geil Mal gucken, ob das klappt Ich glaube nicht Bei mehreren Kategorien kannst du eigene machen Und sehr viele neue finden Okay Danke für die Info So Waren wir nochmal ganz kurz Einige sind nach der Runde jetzt auch weg Okay Wir müssen langsam ins Bett Ist auch schon wieder halb Zehn Ich bin wieder froh da Ich bin auch immer derselbe Ist ja ganz klar Ich glaube ich würde sagen Wir fangen mal an So Wieder verdecken das Ganze Zensieren Bitte Okay So Buchstabe I Äh Vorname Oh Gott Oh Mann Das kann er heiter werden Buchstabe I Äh Beruf mit I Ich bin überfordert Knappst du überfordert So Hier mit I Äh Ah Da weiß ich was Todesursache mit I Äh Noch 24 Sekunden Ich bin Ob ich mich überfordert Oh Mann Das kann doch nicht so schwer sein Oh Bin lost ey Bin absolut lost Bin lost Okay Okay so Igelfleisch What the fuck Alter Indisches Curry Okay Irgendwer Ja Infach What's up Was ist denn das Irgendwer Indische Suppe Eistee Israelisch Ist jetzt auch nicht Unbedingt Essen Das ist vielleicht eine Essensart Aber kein spezielles Essen Wieso auch nicht Installateur Ja IT-Menscher Das war ein bestimmter Sebi Ingenieur Ja Sehr gut Internetzer stört halt Keinen Beruf Eben klar Ja Internetseitendesigner Joa Kann man machen Instagram Aber Wenn denn Influencer Stimmt Das war ja gar nicht Vorname Ilsa Ist ein schöner Name Ilsa Warum nicht Ingrid 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 Idolf Ahja Ingrid Iggy Ja Bei Namen Kann man allgemein Wenig falsch machen Muss ich sagen Und moin An Salziger Pilz Boah So geht So der Iggy hat einen erstochen Ist auch mal eine gute Todesursache Iggy Hat ihn einfach umgebracht Iggy Iggy hat ihn vermordet Genau Instagram Selfie in China Ahja Ins Loch gefallen Internet war Ah Machst du da Bis kam zu spät In Wasser trinken Insta Nein durch Insta Kann man jetzt Grundsatz nicht sterben Tier Igel 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 100% Igel Igel Power Komplett Igel Fans hier am Start Ich merke das schon Die Igel Fans am Start Leute Sehr gut So muss das Tod Insektenstich Ja Super Mars Sunshine Delfino Plaza Genau So die letzten drei müssen noch Abhaken Dann geht es weiter in Runde 2 Ich fahre Team Manager Ah ok Dann doch nicht der Sebi So ah hier kann man noch sehen Igelfleisch ist raus Ok Verrotsaft ist raus Alles klar Iso ist raus Der Axel ist leider auch raus Axel hat keinen Job mehr Belassend ne Du warst es tatsächlich nicht Oha Insta ist auch weg Ja optimal So passt es auf jeden Fall So Hamster kommen in die Gänge Dann geht es weiter Oh Mars Sunshine Musik ist auch so schön Ich hätte gerne einen Port Und den müssen wir zensieren So das nächste Wort ist Der nächste Buchstabe ist Oh Vorne haben wir mit O Äh Oh mein Gott Oha Hilfe Ich hab den Beruf gefunden Leute Toll ist die Sache Äh Ich hab was gefunden Bei Todesversuche Tier Äh Oha Noch 40 Sekunden Okay Ich hab was Vornamen Vornamen und Essen Fehlt mir noch Vorname Oh Mal 64 mal wieder Vorname Ah Ich hab was Sehr gut Jetzt noch Essen Ähm Ja easy 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 Fertig Fürdurch Fürdurch Ich war Otto Was ist das denn Vorname Olle 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 Oskar Olof Olof Oskar Odof Junge Hamster ist irgendwie ein Trigger rein Olga Oli Oskar Olof Olof Oto Walke ist sehr gut Opfer eines Autorenfalls das habe ich hier genommen Onkel Gustavo hat dich ermordet Opa hat sein Gewehr rausgekommt und sich abgeballert Ohnmächtig ins Wasser gefallen Oft angeschossen wurden Reicht auch schon einmal Ohn Also ab und zu Das kann vorkommen Ohnmächtig werden und Kopf aufgeschlagen What? Jay, erzähl mir bitte mehr Was ist passiert? Türe Oh Was? Nein Oh zu viel gegessen In der Theorie ist es möglich, ja Organversagen Otto Fund Er kann dich überrannt haben, ja Der Oran Uta Otter, ja Ochse Ist anders geschrieben Ochse Das ist kein Tier Okay Alles klar Alles klar Ich muss jetzt auch schlafen gehen Euch noch viel Spaß und gute Nacht Hau rein Hannah Schön, dass du da warst Gute Nacht So und ich band jetzt erstmal diesen Bot hier Obwohl, warte mal Ich guck mal ganz kurz bei Was da los ist Ich mach ihn mal ganz kurz aus Es riecht mich ein bisschen auf Die Kacke Ja, er lacht nämlich ziemlich stark Der Typ Oh, die Musik Die kennt man auch, Leute Die kennt man auch Sehr gut Die Musik ist einfach nur schön Mag ich sehr, sehr gerne Wie alt bist du? Ich bin 18 aktuell Das letzte ist ein Tier Okay, nächste Runde So Der Buchstabe ist S Alles klar Beruf mit S Ähm Ja gut Essen mit S Äh Ah ja, ich hab was Hab was Beruf mit S Auch was Von da mit S Joa, easy Easy Todesversache durch S Äh Alles klar Hab ich auch gefunden Noch ein Tier Äh Oh, weiß ich auch was Fertig Fertig Ich bin so stolz auf mich Sehr gut Das war auf jeden Fall einfach Mit Faimus 30 Sekunden warten Ja, man kennt's Auf einmal kann's dann doch Ganz einfach gehen So muss das TimeGamer44 Moin So, jetzt bin ich gespannt Erstmal kurz hier wieder die Zensierung wegmachen So, los geht's Das ist schon wieder Runde 3 von 3 Und danach machen wir auch Freude aus Glaub ich Ist auch schon hier Fülle vor 10 So Sauerkraut Pass Suppe Schweine Haxe Sushi Sesambrötchen Sushi Was ist das hier? Suppe Salzstange Saft Spaghetti Ja, lass mich mal durch den Straßenreiniger Junge Schneider Saftpress Presser Hersteller Ist kein Beruf Schauspieler Auch kein Beruf Ja Spezimacher Ist auch nicht wirklich ein Beruf Pokémon Na, kommen wieder die Pokémon-Fancy, ey Stefan Dikrit Samuel Sebastian Ah, das ist wieder der Sebi, ey Sophia Sophie Spaß Das ist kein Name Todesste Sache Straßenbahn hat dich überfahren Das war ich Ja, sehr gut, oder? Sehr viele Kannibalen Schweine haben dich überrannt Kann passieren Sterben Das ist keine Todesste Sache Suizid Ja Ja Junge Selbstverpass Er ist runtergefallen Äh, das ist komisch Spatzierschlangen What? Strausschlange Sau Salamander Spatz Seeigel Schlange Schwein Schnabeltier Salamander Spezi Auf jeden Fall Fertig Fertig So muss das Fertig Optimal So Noch Zwei Leute Oder einmal Dann gucken wir Wer die letzte Runde Für heute gewonnen hat Spitz Ben Hi Okay Und Ne, einer noch Amstar Komm in die Gänge Jol Dann ist der kleine Windlems Team Vorher auch schon Langsam zu Ende Auf dem ersten Platz Ist Benutzer Arthur Zweiter Platz Ist Polar Ist das nicht der Sebi Gewesen? War das gar nicht Was? Ich bin Dritter Ich bin so stolz auf mich Ich bin einfach Dritter geworden Leute Applaus Bedarf An mich Hier Jetzt spenden Mir alle 100 Euro Dankeschön Einfach Dritter geworden Sehr schön Sehr schön T-Gamer Hi Moin Ja Dritter geworden Ja optimal Betrug Nee Und ja Kommt auch gerne Auf meinen Discord Server Leute Und schreibt mit mir Oder folgt mir Auf Instagram Wenn die Links Funktionieren Und Twitter Und jetzt kommen wir Zum letzten Teil Für heute Und zwar gucke ich jetzt Ob die Credits Funktionieren Bin sehr gespannt Ob jetzt die Credits Funktionieren oder nicht Da bin ich sehr gespannt Wir schalten gleich da mal hin Und dann Los geht's mit dem letzten Teil Wir switchen Zur krassen Endkarte Und ich sag schon mal Tschüss Und Mal gucken ob die Endkarte Funktioniert Tschüss und bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal ein profi jetzt aber jetzt aber komm Junge kann nicht wahr sein aber warte mal wir kriegen das hin oder super toll warum speichert der das nicht der Hund warte mal warte warte wir kriegen das hin wuchsen wir doch super super warum geht das nicht echt geht nix geht hier richte alles ein am ende geht doch wieder nix sehr gut na komm ja dann war es das mit der endkarte doch noch nicht für heute schade jawohl gut das war's wir kümmern uns um die endkarte ja funktioniert funktioniert nicht bei dem profi auf jeden fall profi das war's für heute endkarte geht anscheinend nicht aus welchem grund auch immer ja habe ich eigentlich alles eingerichtet aber ja das war's für heute haut rein bis zum nächsten mal und tschüss ihr toads und schönen dienstagabend euch dankeschön für die donations und nächstes mal zerstörme den toad äh gamer toad als boss tschüss hat rein tschüss bis zum nächsten mal